Special ohne Bands ist so geil, weil hast du einen Tag dabei, hast du einen Tag dabei, hast du keinen Tag dabei, hast du keinen Tag dabei. Wir sehen uns in ein paar Wochen. Ja hallo, ich bin der Dolten. Ich bin seit dem ersten Mal auf dem FHB als Sicherheitsmitarbeiter. Jedes Jahr wieder dabei, immer ein geiles Fest. Man kann Party feiern, egal wo, in Field oder auf dem Camping. Auf dem Camping geht es immer Vollgas ab, die ganze Nacht, das ist immer geil. Es geht, was mir am Festival und Event so gut taugt ist, dass jeder sich so entfalten kann, wie er Bock drauf hat. Ob das jetzt Standard-Camp ist oder irgendein geisteskranke Scheiße, jeder kann sich so aufbauen, wie er möchte. Da ein großes Lob an David und seine Gang, dass die das uns jedes Jahr ermöglichen, durch ein fleißiges Aufräumen, was wiederum bedeutet, dass die andere euren Grußstüder mit heim nehmen müssen, oder dass das in vielen Jahren auch immer nur so bleibt. Du musst es auch nicht so wohl früher. Dann wird es jetzt Zeit für Qualitäts-Content. Piss! Hallo zusammen, ich bin der Romam, ich bin seit zwei Jahren bei FUB. Ich freue mich wieder auf das Festival. das war echt geil die leute kommen mit allem möglichen rum dran was mich unvergesslich macht dass die leute damals mit 30 metern truck gekommen sind mit groß boxen alle möglichen charm party's kommt einfach wir freuen uns los geht's hello liebe fb familie ich verbinde mit dem fb ganz viel spaß verrückte abenteuer und so viele verrückte dinge was die leute sich da überlegt und aufbaut und was ihr am coolsten findet ist wie eine riesen menge von der leeren bühne einfach nur abrockt das macht richtig spaß also mich hat fb mit ans herz troffen und die freien ja schon im mail wieder mein glitzer zu verteilen bis dann wir kommen nächstes jahr wieder wir sind nächstes jahr wieder hier ja